So, Servus Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Pfeifen-Review bei Shisha WG. Heute widme ich mich der russischen Hawk Shisha, die ich Anfang des Jahres auf der russischen Shisha-Messe Huka Club Show mitgenommen habe. Ich habe sie jetzt schon ein bisschen getestet, es kamen schon ein paar Videos auf Insta, es kamen schon ein paar Bilder auf Insta, aber heute endlich das Review auf YouTube zu Hawk Huka. So, da bin ich wieder, wie gesagt, heute das Review zu der Hawk Huka. Das Modell hat, soweit ich weiß, gar keinen genauen Namen, es heißt einfach Hawk Huka, genauso wie die Marke auch auf Instagram, Hawk-Huka, ihr habt es ja vielleicht schon in meinen Posts dazu gesehen. Und ja, ich wollte heute mit euch darüber reden, wie ich die Pfeife finde, wie so meine ersten Eindrücke sind, nachdem ich die jetzt ein paar Monate daheim hatte und ordentlich geraucht habe. Und warum das Video auch jetzt erst kommt, beziehungsweise genau jetzt kommt, ist ganz einfach, Elvano hat die Pfeife seit heute im Sortiment und auch der Wolke 7 soll die Pfeife sehr bald bekommen. Deswegen dachte ich mir, das Timing ist natürlich absolut perfekt, wenn wir das jetzt machen würden. Und deswegen habe ich mir jetzt ein schönes Köpfchen Hera in der Harmony Bowl gebaut, Callout Lotus 1 oben drauf, zwei Kohlen drinne und dann kann das Ganze jetzt losgehen. Ich habe auf der Pfeife den Messepreis von 100 Euro in Russland bezahlt. Man muss natürlich sagen, dass die ganzen Pfeife in Russland nochmal ein ganzes Stückchen günstiger sind, als das in Deutschland der Fall ist. Außerdem habe ich sie ohne Bowl und ohne Schlauch und ohne Mundstücke und so weiter geholt. Also ich habe wirklich nur den Stem geholt, ohne die Bowl, ohne Schlauch, ohne Kopf, Kopfaufsatz und alles. Es war nichts dabei, wirklich nur der Stem. Ich würde sagen, bevor ich euch aber mehr über die Pfeife erzähle, hüpfen wir erstmal in den Aufbau. Kleine Entschuldigung, geht nochmal raus. Sie war vielleicht nicht ganz so sauber, wie ich dachte, dass sie ist. Und da war hier und da noch ein bisschen Schmand dran. Ich habe es jetzt nochmal durchgespült, jetzt läuft das Ganze. Aber erstmal der Aufbau, Leute. Guckt euch mal an, was alles dabei ist und wie das so aussieht. Ja, Aufbau, ich würde sagen, wir nehmen das Ding einfach einmal komplett auseinander und gucken uns alle Teile an, die hier eben dran sind. Übrigens habe ich die Pfeife ohne Bowl gekauft. Das hier ist jetzt eine ganz normale Steckbowl von Moos, hier in der Tropfenvariante. Deswegen machen wir hier oben erstmal den größten Teil der Shisha ab. Und bevor ich die jetzt kippe, um euch zu zeigen, wie ich den Rest auseinanderbaue, muss man erstmal dazu sagen, dieser Teller hier oben, ich denke, ihr seht es, die tropft auch noch ein bisschen, der würde sofort abfallen, wenn hier nicht die Dichtung wäre. Übrigens, ja, die ist ein bisschen, hängt hier Molasse dran. Ich rauche sie eben auch ab und zu. Wir fangen mal an. Wir schrauben mal hier den Kopfadapter ab. Und dann kommen wir nämlich auch schon direkt zur ersten Besonderheit, denn in diesem Kopfadapter befindet sich hier noch einfach einmal so eine kleine Unterlegscheibe. Und diese Unterlegscheibe ist auch alles, worauf dieser Teller hier gelegt wird. Der untere Teller ist dann ganz normal da drauf gelegt und dann kommt auch schon dieses komplette Rauchsohensleeve zum Vorschein. Das Einzige, was hier noch relativ besonders ist, sind eben die Löcher, durch die dann der Rauch ausströmen kann. Die kommen übrigens von hier. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht kippe. Ja, hier sitzen die Löcher drin. Aus denen geht dann der Rauch durch dieses Sleeve nach oben und dann eben unter der Pfeife entlang. Hier kann man auch noch das Tauchrohr abschrauben. Das mache ich auch gerade mal. Übrigens ein sehr, sehr leichtes, sehr, sehr dünnes Tauchrohr. Ja, man sieht das vielleicht hier jetzt. Sehr, sehr dünnes Tauchrohr. Genauso wie die Rauchsäule auch sehr, sehr dünn. Und dann ist beides direkt hier in das Plastik reingeschraubt. Also in dem Plastik sind Gewinde drin. Und dann haben wir als letztes Teil nur noch hier den Glas, äh den Glas sage ich schon, den Plastikschliffanschluss mit einem O-Ring, mit einem Plastik-O-Ring unten drunter. Und das war es dann auch schon. Und hier sind eben noch fünf kleine Aussparungen, wo die Löcher reinkommen, beziehungsweise fünf kleine Löcher, wo die Kugeln reinkommen. Und das war es dann auch schon zu der Pfeife. Ich würde sagen, ich spüre die nochmal kurz durch, mache die Bowen nochmal frisch, mache mir ein Köpfchen an und dann sehen wir uns wieder mit dem Review zu der Pfeife. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was alles dabei ist, wie man die Pfeife zusammenschraubt. Klar, größte Besonderheit ist natürlich diese relativ dicke Rauchsäule hier, die innen hohl ist, unten an der Base anschließt mit den Löchern für das Entlüftungssystem, das nach unten durchgeht und zwischen den zwei Tellern dann der Rauch rauskommt. Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht auf Instagram gesehen haben, was denn das besonderste Feature an dieser Pfeife ist, das erzähle ich euch nicht, das zeige ich euch lieber einfach. Ja, ziemlich mindblowing, war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich habe es auf der Messe in Russland gesehen, dass die Pfeife einfach vom Kohleteller her entlüftet. Und eben mit diesen zwei Scheiben geregelt, das heißt, hier oben könnte auch noch ein bisschen Asche drauf sein, da könnte man theoretisch auch noch eine Kohle ablegen. Mache ich sowieso nie, ich habe immer einen Kohlekorb nebendran und lege da meine Kohle ab. Ich will auch nicht, dass ich meine Kohleteller verfärben oder sowas, gerade für Fotos, für Instagram und so, wäre das relativ scheiße. Deswegen, ich lege da keine Kohle drauf. Aber im Gegensatz zu dem Kaifumbau, den man letztens bei Kassel sehen konnte auf Instagram, kann man hier eben noch Kohle ablegen, ohne dass der Rauch direkt an der Kohle vorbeigepustet wird. Und da eventuell Funken fliegen könnten oder, oder, oder. Wird auch bei dem Kaifumbau in der Regel nicht passieren, solange er nicht reinballert ohne Ende. Aber, das ginge hier auf jeden Fall noch. Das Entlüftungssystem, ich laufe über die Messe in Russland und auf einmal kommen Konsti und Tarek, die waren auch mit dabei, also Konsti von Shisha Kameraden und Tarek von Random Hooker, die waren auch dabei und kommen auf einmal auf mich zu geraten. So Marvin, du musst dir diese Pfeife angucken, du musst sie dir angucken, komm mit, komm mit, komm mit. Und dann sind wir eben zu dem Stand gegangen, es war übrigens ein Tabakstand eigentlich, der aber die Pfeifen von Hawk benutzt hat und der Hawk Gründer, Macher, Bauer, wie auch immer, war eben auch da mit an dem Stand. Und der hat uns dann eben da die Pfeifen gezeigt und ich habe das Entlüftungssystem gesehen und ich war sofort verliebt. Ich so, ja, ist mir egal, gib mir eine, komm, gib, ne, was kostet die, okay, pack ein, ich nehme mit. Und seitdem gab es die aber nicht in Deutschland und dann hieß es immer, ja, der holt die oder der holt die oder der will vielleicht der Importeur werden und so weiter. Aber es hat sich bis jetzt keiner gefunden, beziehungsweise es hat sich bis vor kurzem keiner gefunden, weil wie gesagt, aktuell Elvano und auch bald Wolke 7 werden die Pfeife auf jeden Fall im Angebot haben. Wahrscheinlich wird sie dann auch noch bei ein paar anderen Shops reinkommen, aber erstmal sind es die zwei, von denen ich weiß. In Deutschland kostet die Pfeife allerdings nicht 100 Euro, sondern 250 Euro. Und das ist auch das Einzige, was dieses Review zu dieser Pfeife ein wenig schwierig macht, weil wir arbeiten uns, glaube ich, einfach mal die Punkte entlang. Lieferumfang habt ihr ja gesehen, ist okay, bei Elvano ist, glaube ich, noch eine Bowl dabei. Ich weiß gar nicht, ob noch Schlauch im Mundstück dabei wäre, das wäre natürlich noch mal geiler. Ich rauche übrigens gerade mit dem weißen Alpha-Mundstück und einem weißen Moos-Schlauch, passt einfach wunderbar zu der weißen Pfeife. Deswegen habe ich dieses Setup gewählt. Lieferumfang, ja, also es wird wahrscheinlich kein Kopf dabei sein und so weiter. Deswegen 250 Euro ist auf jeden Fall schon ein bisschen happig. Vor allem, ich habe es ja eben im Aufbau schon angesprochen, die Qualität ist jetzt nicht die allerkrasseste. Sie ist schon okay, versteht mich nicht falsch, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auch keine Angst, dass mir irgendwie jetzt das Tauchrohr abfällt oder so. Gewinde in Plastik, also die Base ist halt aus Hartplastik. Das ist das typische Pommenmaterial, was man da eben kennt von vielen russischen Herstellern. Das ist nicht das erste Mal, dass man eine Plastik Base macht. Ist okay, aber da ein Gewinde reinfräsen, das wird halt wahrscheinlich jetzt nicht ein Jahrzehnt überleben. Aber zwei, drei, vier, fünf Jahre, je nachdem, wie oft ihr das auseinander und wieder zusammenschraubt und wie grobmotorisch ihr damit umgeht, wird das auf jeden Fall schon ein bisschen halten. Also ich würde mir auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendwas auseinanderfällt. Das mit dem aufgelegten Kohleteller hätte man wahrscheinlich auch interessanter oder intelligenter lösen können mit noch einem zweiten Gewinde oder einem zweiteiligen Kopfadapter oder, oder, oder. Mehr Teile treiben aber immer die Produktionskosten in Höhe und deswegen wurde das halt wahrscheinlich hier so gelöst. Stört es mich im Alltag? Auf keinen Fall. Es geht klar. Könnte man es besser machen? Ja. Würde es das Ganze auch teurer machen? Definitiv. Und ich glaube nicht, dass jemand will, dass die Pfeife noch teurer wird als 250 Euro. Ja, aber Aufbau habt ihr gesehen. Qualität haben wir drüber gequatscht. Dann kommen wir als nächstes, würde ich sagen, mal zum Rauchverhalten. Der Durchzug, ich ziehe nochmal dran, ich nehme jetzt einen vollen Zug. Denkt dran, ich baue immer Vollkontakt. Das heißt, da geht definitiv auch immer noch ein bisschen Durchzug verloren. Aber ich habe auch Vollkontakt gebaut. Ich nehme jetzt einfach mal einen kompletten Zug, so wie ich nochmal ziehen würde. Und dann könnt ihr euch ja denken, was ihr wollt bei der Zeit, die da eben vergeht. Geht auf jeden Fall klar. Ist nicht der allerkrasseste Durchzug ever, aber der ist definitiv mehr als okay. Also ich denke mir auf jeden Fall jetzt nicht bei jedem Zug, oh Mann, der Durchzug müsste besser sein, der müsste besser sein, der müsste besser sein. Aber es gibt definitiv Pfeifen, die besser sind vom Durchzug her. Zum Beispiel eine Aeon Edition 4 oder sowas hat definitiv einen geileren Durchzug als jetzt die Hawk Hooker. Es gibt aber auch viele Pfeifen, die keinen so guten Durchzug haben. Oder beziehungsweise es gibt viele Pfeifen, die einen besseren Durchzug haben als die Hawk. Gibt aber auch welche, die einen schlechteren Durchzug. Bin ich mit dem Durchzug unzufrieden? Auf keinen Fall. Also es geht. Man muss ein bisschen aufpassen beim Wasserstand. Aber dann geht ihr auf jeden Fall klar. Das Entlüften hingegen geht ein bisschen schwerer, als mir das eigentlich lieb wäre. Warum eigentlich? Ganz einfach. Bei dem Entlüftungssystem, bei dieser Pfeife A ist es ein relativ langer Weg. Von der Base hier hoch und dann noch über die Umlenkung, unterm Teller durch und dann nach oben raus. Das heißt, ihr habt zweimal die Umlenkung. Einmal ein langer Weg nach oben, erste Umlenkung, nochmal ein kurzer Weg, nochmal eine Umlenkung nach oben. Da muss man schon ein bisschen reinpusten, dass da noch was rauskommt. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da liebe Grüße an Konsti, der hat das nochmal erzählt. Das hat wohl auch der Hersteller erzählt. Ich erinnere mich nicht dran oder er hat es mir nicht erzählt. Auf jeden Fall, das Wichtige ist, er wollte, dass der Rauch hier relativ langsam rauskommt und nicht rausgeballert wird. Weil dann würde der hier in alle möglichen Richtungen gehen. Und er wollte eben, dass es genau diesen Effekt gibt von, es baut sich eine Wand auf und die zerfällt dann. Finde ich sehr schön, dass er sich da Gedanken gemacht hat und das dann auch so umgesetzt hat, wie er das eben möchte. Es geht einen Ticken schwer, eigentlich, aber bei der Pfeife sieht es dann halt ganz genau so, wie das Entlüften eben funktioniert. Sehr, sehr geil aus. Um nochmal auf den Preis zu kommen. Wenn ich jetzt das Rauchverhalten mit reinrechne und das Entlüftungssystem, zu dem wir auch gleich natürlich nochmal bei der Optik kommen, dann wird der Preis auf jeden Fall schon attraktiver. Ja, es ist immer noch nicht ein Schnäppchen, auf keinen Fall. Ich finde es zu teuer. Auf der anderen Seite, wenn jemand da genau das Entlüftungssystem haben will, dann ist es schon okay, würde ich sagen. Ich nehme zwischendrin nochmal einen Zug von meinem guten Köpfchen Hera. Ja, und da seht ihr es auch nochmal, es baut sich eine Wand auf, die dann langsam wieder zusammenfällt. Und wenn er genau diese Optik haben wollte, dann ist das schon okay, dass das Entlüftungssystem ein bisschen schwerer geht, als man das von anderen Pfeifen gewohnt ist. Der letzte Punkt, über den wir auf jeden Fall noch reden müssen, bevor wir zu einem Fazit kommen, ist die Optik. Optik, wie immer, sehr, sehr subjektiv. Ich kann euch nur sagen, ob es mir gefällt. Und da kann ich auch definitiv sagen, mir gefällt es. Ich finde das weiße Holz sehr, sehr schön. Es gibt auch noch verschiedene andere Farben. Ich wollte aber unbedingt die weiße Variante. Es gibt auch noch Varianten, die eine schwarze Bowl haben. Ich glaube sogar alle Varianten, bis auf die mit der weißen Rauchsäule, haben schwarze Bases. Optik gefällt mir gut. Ich mag die Größe, sie ist relativ leicht. Klar, Plastik, Base und Holz und nur relativ wenige Metallteile. Das macht eine Pfeife nun mal einfach relativ leicht. Aber auch die Optik ist einfach schön. Base ist relativ simpel gehalten, hat hier dann noch so einen Metallring. Habt ihr alles im Aufbau gesehen. Ist aber definitiv hübsch. Logo hätte man vielleicht noch einen Ticken schöner machen können, aber ist auch auf jeden Fall jetzt nicht hässlich oder so. Also mir gefällt die Pfeife auf jeden Fall. Und auch so die Reaktion, die ich auf die Bilder bekommen habe und auf die Videos bekommen habe, scheinen viele von euch die Optik von der Pfeife an sich zu feiern. Aber das Killer Feature auch bei der Optik ist dann natürlich dieses Entlüftungssystem, das einfach zu brutal aussieht. Das ist eigentlich schon alles, was man zu der Pfeife sagen kann. Was dann eben noch bleibt beim Fazit ist, Verarbeitung ist okay, Optik sieht schön aus, Rauchverhalten ist auch gut. Könnte noch einen Ticken leichter entlüften. Eigentlich, aber muss wohl so sein für dieses Entlüftungssystem. Ist der einzige kleine Mankopunkt eigentlich der Preis von 250 Euro, was schon ein bisschen viel ist. Aber wir kennen es ja Leute, wenn russische Pfeifen noch nach Deutschland importiert werden müssen und der Distributor dann auch noch sein Brot verdienen muss, dann sind das nun mal eben die Preise. Für wen ist die Pfeife gemacht? Ich würde sagen, die Leute, die sich an diesem Ausblatssystem da absolut ergötzen können und das nach wie vor super schön finden, wenn sie das sehen, die werden auf jeden Fall nicht unglücklich mit dieser Pfeife. Es ist eine schöne Pfeife, es ist eine gute Pfeife und sie hat eben ein Killer-Feature, was viele andere Pfeifen nicht haben und wenn ihr eben genau dieses Killer-Feature haben wollt, dann ist die Hawk eben eure Pfeife. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Abo da. Die wenigsten Leute lassen ein Abo da, die hier die Videos gucken. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr eins da lasst. Es würde mich krass unterstützen. Also falls ihr es noch nicht habt, einmal unten auf den Abo-Button drücken. Ansonsten noch einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.